Hinauf zum 1141 Meter hohen Brocken soll die Fahrt gehen, heute vielleicht bei Sonnenschein. Wir begleiten den Traditionszug ein Stückchen. Der Bahnhof Steinerne Renne liegt am Anfang des Drängetales zwischen Wernigerode und Dreian Hohne. In Bahnhof Schürke wartet der talwärtsfahrende Gegenzug schon auf unseren Brocken. Der gerade in Dreian Hohne von der Hard Square Bahn auf die Brockenstrecke abgezweigt ist. In den Jahren bis 1989 war hier Endstation. Nur Militärtransporte führten auf den Brocken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der von Kaunow sides Das war's für heute. Es wird jeden Tag ein Zug pro Stunde auf den Brocken geschickt. Man kann also auf den Bahn parallelweg wandern und jede Stunde einen Zug bergwärts und talwärts sehen. Das ist ein Schiff. Das ist ein Schiff. Den Köln-Böckern WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Der talwärtsfahrende Zug fährt dabei in das Ausweichgleis und setzt nach der Kreuzung auf das Streckengleis zurück WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF, 2020 So schnell kann sich das Wetter auf den Brocken ändern. Ganz oben ist plötzlich Nebel. So schnell kann sich das Wetter aufbauen. Dann freuen wir uns aber auf die Rückfahrt. So schnell kann sich das Wetter aufbauen. So schnell kann sich das Wetter aufbauen. So schnell kann sich das Wetter aufbauen. So schnell können sich das Wetter aufbauen. So schnell erbauen. Hier unten ist auch das Wetter wieder besser. Vielleicht ist beim nächsten Mal Sonnenschein und Fernsehsicht auf den Brocken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.